Unser täglich Brot Der beste Bäcker zu Vietnam Hat in vielen Orten ein Geschäft In der Bäckerei Pilger, da hat alle lebt Unser täglich Brot aus Breitenberg Vom besten Bäcker, er bocht mit Ura und Herz Und die besten Samen in der Früh und am Nachmittag Und ein duftendes, leckeres, frisches Sauerteigbrot Und das beste Kind ist ein Brot ein Er macht Spezialitäten in seiner Bäckerei Ein frisches Breiten, ein leckes Brot und Gurenkrupfer Bäckerei Pilger, auch die kann man sich verlassen Unser täglich Brot aus Breitenberg Vom besten Bäcker, er bocht mit Ura und Herz Und die besten Samen in der Früh und am Nachmittag Und ein duftendes, leckeres, frisches Sauerteigbrot Bäckerei Pilger, die mocht das beste Brot Bäckerei Pilger, die mocht das beste Brot Und die besten Samen in der Früh und am Nachmittag Und die besten Samen in der Früh und am Nachmittag